Der Explos-Shot wurde ja bearbeitet. Ja, vom Hunter. Dieser Explosionsschuss heißt der ja. Und wir haben hier oben gekämpft und hier oben hat er diesen Mob angegriffen. Dann ist hier oben diese Explosion gekommen und diese Explosion hier oben hat hier unten jegliche Mobs gepullt. Also ist die von hier oben nach hier unten getriggert. Also, ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber das sah schon ein bisschen wild aus.